Hallo liebe Handballfans, natürlich gibt es auch heute wieder ein Einladungsvideo zum Heimspiel. Ich stehe heute hier mit Rico Gödel, dem vorübergehenden Käpt'n. Wir kennen ihn ja vom Spielfeld, aber wollen natürlich immer mehr über die Jungs wissen. Rico, was machst du denn, wenn du nicht Handball spielst? Nebenbei bin ich selbstständig in meiner eigenen Firma und die beinhaltet Verleihung und Verbietung von Veranstaltungstechnik und Getränken und so weiter. Also kommt es auch vor, dass du erst arbeitest und dann zum Spiel oder zum Training fährst? Ja, Komfort hin und wieder, aber der Sport steht noch im Vordergrund. Alles klar. Wenn es euch auch so geht, wenn ihr nach getaner Arbeit Bock habt auf ein spannendes Handballspiel, dann kommt am 5.11. um 19.30 Uhr in die Arena Leipzig zum Spiel gegen HC Erlangen. Und wenn ihr Azubis seid, dann könnt ihr an der Ticketkasse ein Ticket ermäßigt kaufen und bekommt ein Freiticket dazu. Ist doch eine coole Sache, oder? Auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommt und uns unterstützt. Und Rico, ich finde es sehr cool, dass die Jungs dich manchmal so tatkräftig unterstützen. Ja, finde ich auch gut. Komm Jungs, Training. Endlich. Gut? Perfekt. Und... Was, 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 wie geht's weiter? Du sollt da lang laufen, Mensch. So, alle nochmal rein. Das müssen wir noch machen. Du solltest da lang laufen. Komm zum Training. Jungs, ich beeil mich. Das muss mich noch auf einmal. Dus ... Wir sind... ... Design. ... Ich bin, 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 ich bin. Wir sind mir dieser 5-5-3-4-5-6-6-5-6-6-6-6-5 Das muss ich jetzt machen, Wir sind noch fünf? Wir sind compett.